Was geht ab, meine Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem spontanen Update-Video. Bitcoin crashed komplett, als ob wir es nicht gewusst hätten. Also es war ja absehbar und jetzt haben die Ereignisse halt dazu geführt, dass wir jetzt einen kompletten Abverkauf sehen. Und jeder hat es gewusst. Natürlich, so wie immer, wenn irgendwie dann erst alles nach oben geschrien wird und dann komplett nach unten. Wir sind bis auf 40.300 US-Dollar gefallen. Was waren denn die Gründe dafür? Einerseits, Furkan hat es hier, ich habe jetzt den Originalartikel nicht mehr gefunden. Erstens wurde überlegt, dass, oder gibt es die Gerüchte, dass es doch kein ETF wiederum genehmigt würde. Und diese Gerüchte haben dann zum Abverkauf geführt. Genau, diese Gerüchte natürlich. So, dann, keine Ahnung, ein bisschen später, Bloomberg Senior ETF-Analyst Eric Balchunas sagt, wir haben nichts gehört, was auf etwas anderes als Zustimmung hindeutet. Wieder ein Hin und Her. Was waren noch die Gründe? Wir hatten, und das habe ich heute früh oder die letzten drei, vier Tage in den Videos immer wieder gesagt, extrem hohes Funding. Wir hatten teilweise, ich sage es jetzt nochmal dazu, teilweise auf Binance 0,07 und wir hatten ein abnormales Open Interest. All das wurde jetzt aus dem Markt gespült. Ich habe es hier in der Gruppe vorhin nochmal gepostet. Erst waren es 1,7 Milliarden, jetzt waren es sogar 3 Milliarden, was an Open Interest hier rausgespült wurde innerhalb kürzester Zeit. Da wurden einfach Longs liquidiert bis zum geht nicht mehr. Und jetzt ergibt auch das ein bisschen Sinn, was wir heute früh im Video auch nochmal angesprochen haben. Und zwar haben wir heute früh festgestellt, okay, die Fundinggebühren sind etwas gesunken. Hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, die Leute wussten, es wird früher oder später knallen. Die Leute haben ihre Long-Position zugemacht da oben. Und dann kam der Flash-Crash vier bis acht Stunden später, weil dieser Peak hier hat schon sehr, sehr wenig Sinn gegeben. Und dann dieser rapide Abverkauf macht normalerweise auch keinen Sinn, wenn ein sogenannter Bitcoin-ETF dann plötzlich doch befürwortet werden soll. Das sind einzig und allein die Gründe dafür gewesen, dass wir innerhalb von Minuten, wenn wir uns das jetzt mal, naja okay, man kann sagen Stunden von unserem Top bis hier runter, einen Abverkauf von knapp 11,45 Prozent gesehen haben. Mehr nicht. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Haltet euch da einfach raus. Guckt euch einfach diesen gesamten Markt an. Wir haben auch die Woche schon mal angesprochen, die Bitcoin-Dominance, die perfekt hier ins Golden Pocket reingehittet ist. Von hier aus erst einmal das Geld ist von den Altcoins in BTC geflossen. Kein gutes Zeichen grundsätzlich, erst einmal für die ganzen Altcoins. Schaut euch Shitcoin XRP an. Komplett runtergedammt. Zwar nicht das Ziel erreicht, besser wäre es sogar gewesen hier die 0,47, aber das kann noch kommen. Und auch mein Lieblings-Shitcoin, wenn wir schon bei Shitcoins von reden, Solana hat auch seine Korrektur bekommen bis auf 84 Dollar. Ob es das schon war? Ich wage es derzeit ein bisschen zu bezweifeln. Ich will jetzt hier wieder komplett wieder bär. Ich war die letzten ein, zwei Wochen schon bär, aber im Nachhinein hat es sich eigentlich ausgezahlt, weil wir nicht über unsere Widerstände rausgekommen sind. Es ist jetzt ein Ereignis zum anderen gekommen. Man muss jetzt auch hier komplett Panik schieben, was ich echt auch die Gruppe loben muss. Also Panik war hier jetzt ehrlich gesagt, ja, Fehl am Platz. Also relativ ruhig sogar, muss ich wirklich mal sagen. Aber wie gesagt, da wurden so viel liquidiert. Und grundsätzlich, je nachdem, wie jetzt auch dieser Tag schließt, muss man ja auch fairerweise mal dazu sagen, vom Daily-Chart her befinden wir uns immer noch in der Aufwärtsbewegung. Also man sollte jetzt noch nicht übel pessimistisch hier sein. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die Daily Candle schließt. Wir hatten jetzt hier diese Bearish Divergence, die hat jetzt schön ausgespielt, erst einmal, auch wenn wir darüber geschlossen haben. Das hat jetzt erstmal alle Longs rausgekickt. Jetzt gilt es erstmal darum, ein bisschen Ruhe zu bewahren. Neue Long-Position warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen, wie sich jetzt so der Tag entwickelt. Nach solchen Moves ist es nie sinnvoll, direkt wieder in irgendwelche Longs reinzusteigen. Vor allem diese Wigs hier. Und wir sprechen ja hier nicht von einem kleinen Wig. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wir sind momentan bei 42.300. Wir sprechen hier nochmal von knapp 5%, wo eine Menge hier unten wahrscheinlich wieder reingelongt haben werden. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch wenn wir mal in den 15-Minuten-Chart reingehen, instant diese Candle, also dieser Bereich hier zwischen 40.300 und 41.900 US-Dollar. Dieser Wig sollte auf jeden Fall noch gefischt werden, meiner Meinung nach. Auch jetzt keine Panik. Wie gesagt, wir befinden uns immer noch in einer Aufwärtsbewegung. Wir müssen jetzt gucken, wie der Tag schließt. Sollten wir einen Daily Close hier wirklich unter 40.800 US-Dollar sehen, dann können wir uns darüber Gedanken machen, ob wir wirklich nochmal hier Kurse, und es ist ja immer noch so dieses bearischste Preisziel, was ich glaube, habe ich es heute früh oder gestern angesprochen, immer noch hier zwischen, ich sage es mal, 33.800 und 30.800. Das sind wirklich die bearischsten Preisziele, die ich mir vorstellen könnte. Ist noch zu früh, aber versucht jetzt nicht auf Biegen und Brechen, euch wieder in irgendwelche Fomoreien reinzulassen. Das waren die letzten Tage, muss ich ehrlicherweise sagen, wirklich extrem, was hier abgegangen ist. Die Leute wurden hier long, da long, Solana. Es war klar, dass dieses Ding früher oder später komplett runtersackt, und das innerhalb von Minuten. Und wenn ihr euch das nur mal anguckt, wir haben uns schon wieder erholt, aber diese ganzen Coins hier, 10, 13, 15 Prozent teilweise im Minus, da wurde ordentlich Geld rausgejagt. Und wenn wir jetzt mal das Positive davon absehen wollen, unser DAX-Trade läuft, hat sich ausgezahlt. Gold-Trade-Short läuft perfekt. Ersten Tech-Profit habe ich vorhin in die Telegram-Gruppe, glaube ich, reingeschrieben. Hier nehmen wir jetzt. DAX bewegt sich auch perfekt momentan. Die Stock-Märkte reagieren auch ein bisschen, aber noch nicht so krass. Aber sollte hier das jetzt auch noch korrigieren, werden wir bei Bitcoin auch noch die 30.000 US-Dollar sehen. Also so in der Art wahrscheinlich. Also bleibt jetzt erstmal ruhig, das ist sowieso, und versucht euch jetzt nicht wieder hier auf irgendwelche YouTube-Kanäle zu stürzen oder sonst was. Ich bin jetzt zwar hier jetzt keine Ausnahme, wahrscheinlich hier mit Clickbait-Titel, muss ich jetzt nichts dazu sagen, aber Ruhe bewahren. In solchen Situationen jetzt irgendwie in FOMO zu geraten. Hey, ihr könnt natürlich Spot kaufen, ich habe auch nochmal Spot nachgekauft. Aber jetzt irgendwie in Long-Position reinrennen, aber versuchen wieder in den nächsten Altcoin reinzurennen. Bei einer Bitcoin-Dominance, die wie gesagt momentan wieder ein bisschen am steigen ist, wäre ich einfach extrem vorsichtig. Wir haben uns die Pivots angeguckt, alles gut momentan noch, wird auch interessant zu sehen sein, ob wir hier unter dieser Marke von 41.500 US-Dollar heute noch im Laufe des Tages schließen. Dann hätten wir den Pivot und dann könnte es ganz schnell nochmal runter Richtung 38 gehen. Weil ich glaube nicht, dass wir hiermit schon alles rausgejagt haben. Also da könnte noch einiges an Liquidität liegen. Die ganze Bewegung, die wir hier hatten, habe ich ja heute früh auch im Video gesagt, warte, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, dann sieht man es vielleicht besser. Diese ganze Bewegung, die wir jetzt hier die letzten Wochen hatten, das habe ich heute früh angesprochen, seit diesen 26K hier, war überhaupt keine Liquidität, eigentlich wirklich vorhanden, die den Markt gepusht hat. Und diese Liquidität, die jetzt hier reingekommen ist, das war jetzt die Exit-Liquidität für viele, viele da draußen um ihre Long-Position. Wie gesagt, man sieht es an den Funding-Rates. Es ist einfach komplett krank, was da einfach rausgespült wurde, jetzt in den letzten Stunden. Also Open Interest auch komplett jetzt gerade zurückgegangen. Wenn ihr euch einfach mal die ganzen Börsen anguckt, hier 17% bei Binance, alles rückgegangen. Also es ist komplett heftig, was da abgelaufen ist. Aber man muss auch dazu sagen, das Open Interest ist immer noch verdammt, verdammt hoch. Also ob die ganzen Liquidierungen jetzt schon da wirklich durch sind, wage ich zu bezweifeln. Long-Position, Leute, passt auf euch auf. Macht jetzt nichts Überhebliches. Wartet jetzt erst einmal ab. Wie gesagt, diese Wicks, man kennt es aus der Vergangenheit, werden früher oder später sowieso wieder aufgefüllt werden. Wenn ihr Spot kaufen wollt, könnt ihr das nutzen und vor allem guckt euch mal Ethereum an. Auch da ist gleich das Spiel, diese ganzen Wicks und es geht überall. Und ihr kennt diese Spiele. Die Leute versuchen hier, das Ding wieder bis zum, also bis zum Endlichen nach oben zu pushen und früher oder später werden wir an diese Punkte wieder rankommen. Es hat sich einfach aufgestaut, nicht nur durch YouTube, sondern durch alles Mögliche, dass wir hier in diese Zone oder dass wir früher oder später diesen Crash sehen. Ich war vielleicht ein bisschen zu pessimistisch. Die letzten ein, zwei Wochen, wo ich immer wieder davor gewarnt habe, wurde auch dafür belächelt. Ist halt einfach so, muss ich mit umgehen. Aber im Nachhinein kommt diese 10%, 10, 20, 30% Korrektur kommt immer wieder. Und dieses Funding, nachdem wir uns noch nicht in einem kompletten Bullrun meiner Meinung nach befinden, war einfach zu hoch mit diesem kompletten Open Interest. Da wird genug auf Twitter jeden Tag gejagt. Dann jetzt eben diese ETF-News, die bis zum Geht nicht mehr gepusht wurden. Dann, es wird doch kein ETF. Und allein dieses, da sieht man doch schon wieder, dass diese ganze Bewegung, die wir jetzt hier hatten oder möglicherweise sogar hier noch tiefer, bis 30.000 US-Dollar hatten, nur auf einem Gerücht aufgebaut ist. Es ist noch kein Geld in die ETFs geflossen. Nur weil die ETFs kommen, heißt das nicht, dass sie sofort handelbar sind. Kommt wirklich die Liquidität, die wir uns erhoffen, wirklich in den Markt einfach mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Mehr muss ich, glaube ich, ehrlich gesagt, da nicht so zu sagen. Wie gesagt, in der Gruppe war es sehr, sehr ruhig. Also auch hier nochmal echt Respekt an alle, die da drin sind. Viele Börsen haben vorhin auch gehangen und sowas. Passiert solche Bewegungen, aber daran müssen wir uns, wir sind es nicht mehr gewohnt, 10, 20% Korrekturen innerhalb von Minuten zu sehen, aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall einstellen. Ansonsten, stay safe erst einmal ein bisschen. Guckt jetzt nicht so viel auf den Chart, lasst das Ding erst einmal ein bisschen sacken, lasst es erst einmal ein bisschen einpendeln und dann warten wir, ehrlich gesagt, erst einmal ab. Wir haben noch genügend Luft nach unten, wie gesagt, die 38k. Die Long-Position wurde auf Stop-Loss-Entry ausgestoppt bei mir, deswegen warte ich jetzt erst einmal nochmal mit einer neuen Spring-Position und ansonsten warten wir erst einmal ab. Heute früh im Video habe ich es noch gesagt, Profite nehmen und ansonsten, ja, würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben, aber was hier momentan abgespielt wird, so auf dem Nacken aller, aller Kleinanleger, war es einfach absehbar. Wir hatten den Solana-Hype, wir hatten den Shitcoin-Hype, wir hatten den ETF-Hype, wir hatten den YouTube-Hype. Ich habe es selber gesehen, die Klicks sind unermesslich nach oben hingeschossen und ich weiß, wie das wieder enden wird oder wie es jetzt geendet hat. Aber gut, ansonsten, vielen, vielen Dank an alle Liker, Abonnenten da draußen, die mich nicht fertig gemacht haben die letzten zwei Wochen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch auf, wir hören uns morgen wieder und bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.